Also das ist nicht viel jetzt. Ja was? Kann nicht sein. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Wir spielen Bad Wars auf dem GOM-HD-Server. 3 vs. 3, was ist 3 vs. 3? Mit Emil. Jo, moin. Ich glaube wir sind sogar zu zweit. Ne, wir haben noch ein Teammate. Was ist das? Äh, vielleicht noch was. Ja dann, warte. Ja los jetzt, schnell in mir! Äh, es ist wieder, Entschuldigung wegen Soundqualität. Weil, weißt du? White Shark. Ähm, scheiße, ich krieg gar nicht. Ja, der... Joa, wir haben verkackt. Wir haben nix. Liebe Freunde, gerade eben lief es besser. Da waren wir schon wieder übelst OP. Wir hatten das Beste, was man haben kann. Und sind dann durch einen Schuss gestorben. Ich hab ein Gold. Ach du, warum machst du da ne Kiste? Ey, das ist richtig... Das ist richtig schlau. Ey, das ist richtig intelligent, man. Jo, aber irgendwie... Typ. Ich glaube, man kann ne Ender-Gist. Ne Team-Kiste. Ich kauf mal ne Team-Kiste. Und wir haben jetzt Gold gemacht. Ist doch egal. Wir kriegen in diesem Spiel so häufig Gold. Liebe Freunde! Äh... Ah... Oh, die... Ich weiß den Greif. Narziss. Äh, ich laufe gerade wie so ein planloser Pen herum. Ähm, ähm... Lustig. Ah, Emil versucht ein bisschen lauter zu sprengen. Okay, ja. Ich bin nämlich ein bisschen weiter weg. Genau. Ähm... Ähm... So, was soll ich denn noch? ARS nicht? Oh. Kommen die schon? Ja, ja, der eine kommt. Aber ich bin kurz runtergeklatscht. Scheiße. Okay. Ich füge ihn runter. So. Ja, warte mal. Sonst komm ich gerade auch. Ach, hab's nicht geschafft. Ah, ich hab ihn runtergeklatscht. Stimmt. Nice! Torben, first kill. Egal. Äh. Tadaa. So, dann wollen wir in der... Warte mal. Äh, warte mal. Äh, äh... Äh, äh... Ich hole mir mal gerade das Schwert. Das beste Schwert, was du für Dinge ins kriegst. Äh, nein. Das ist Eis. Äh, ich weiß. Ähm. Was haben wir denn jetzt hier überhaupt? Boah, der Witz hat mich runtergeschottet. Ich vermiss noch so viel. Runtergeschottet? Hat der einen Bogen? Nein. Unser Typ. Er hat einen, äh... einen Böller. Einen Böller? Was? Nein, er hat einen... Er hat einen Block dahin gesetzt. So, ich wollte doch gar nicht. Und, äh... Einen Böller, ne? Durch den Bug runtergeschmissen. Das ist echt die Scheiße. Ähm. So. Erstmal schön einen Fräsen holen hier. Okay, der hat einen Bogen. Okay. Ja, ich habe jetzt auch einen Bogen. Ich habe einen Skottel gespart, ne? Ich habe alles, was ich nicht brauche, in die Dinge ins getan. Ja. Ja, das ist ja egal. Ja. Schon? Schon? Wieder? Ja, was willst du noch? Haben die einen Bogen? Ja, ja. Nee. Egal. Ich run hinter dir her. Ja. Tu leid. Da ist gerade niemand. Da dürfte eigentlich keiner sein, ne? Oh Gott, Alter, was ist das für ein Geräusch? Boah, da bin ich mich... Oh, ich habe mich so erschrocken. Warte, warte, warte. Nein, da ist wieder einer. Hast du den? Ja, ich habe ihn umgebracht. Bogen Skills. Aber ich habe wieder 4 Gold. Geh einfach weg, Emil. Nein, ich habe nichts. Deswegen kann ich da reinrennen und dann... Ja, hier, dann nimm das Gold damit nach Hause. Okay, nein, ich nimm's nach Hause. Ich hab's doch schon zwei. Ja, zwei aber nur. Das war wieder so dumm, was wir gemacht haben. Egal, ich hab noch eine Wave-Komplik geholt. Torben strikes again. Ja, ich hab ihn umgebracht. Ich hab drei Gold in die Kiste getan. Ja, nein, ich hab wieder sechs. Ich hab immer bei sowas hab ich so Schiss, dass ich in diese Fallen reintappe, ne? Ey, Leute, die Runde läuft eigentlich übelst gut. Welcher Trottler hat das denn hier aufgebaut, Mann? Ja, ja, das hab ich mir auch gar nicht gedacht. Egal, warum was wir reden? Okay, wir haben neun Gold, nice. Zehn Gold. Hol dir, ich weiß nicht, was du willst. Nein, mein nicht. Ich, ähm... Oh, der hat sich alles gesnackt, der Lappen, oder was? Kann nicht sein. Ich versuch mir Gold zu geben. Das ist wahrscheinlich zu exakt. Kann ja nicht sein, dass er sich alles snackt hier. Ah, ah. Wie viel hast du? Ja, das ist nice. Alter, aber da kommt einer im Bogen. Alter, was macht der denn hier? Hm, fass er nicht aus, Mann. Der wäre jetzt auch in der Falle, ne? So, der hat sich das ausgelassen. Steht der Baller da in der Kiste, ne? Hm? Wie viel ist die Gold in der Kiste? Ja, das ist cool. Er ist nicht zu viel besser. Boah, wollen wir mal wetten, dass der das komplette Gold jetzt... Kannst du dir doch gleich einen Bogen kaufen? Echt? Nein. Er hat sich ja alles Gold gesnackt. Ja, der will doch den Gold. Ja, aber ich kann mir damit ja nicht den besten Bogen kaufen. Brauchst du noch einen? Ich hole mir mal gerade hier. Das ist noch ein bisschen Eisen. Äh, äh, weil wir brauchen da eine Plattform, sonst kommen wir da ja nicht hoch. Du hast doch selber noch ein bisschen gehört, dass ich... Nein, nimm... Ach, klar. Komm mir jetzt mal gucken. Dann daraus, okay? Ja, mir ist es gut, was du machst. Ähm, ich gehe da jetzt hinten auf jeden Fall und mache ein bisschen was kaputt. Oder versuche ich es zumindest. Weil so unendlich viel Zeug habe ich jetzt auch nicht. Er versucht mich da wegzuskillen, ne? Schafft er aber nicht. Ich muss nicht halten, einhalten. Ja, Leute, wir müssen mal die Goldinsel rushen. Ja, das tut mir jetzt nicht. Warum habe ich kein Optifine-Mind? Warte, ich rush jetzt die Goldinsel. Naja, der meint, der könnte tricksen hier, ne? Opfer, Opfer, Opfer. Ich mit meinen wenigen BV-Gills, krieg den down. Ich habe wieder Gold gesnackt. Ja, aber die kommt jetzt auch nicht rein. Ja, sei egal. Da hast du, ähm, Blöcke bei? Ja, ich habe Blöcke bei. Bei, bei. Ich bin deutsch, brech und du, ey. Natürlich kommt man hier rein. Hey, bist du behindert? Ja, so oben. Kommt der angerusht? Ich komme auch angerusht. Ich komme auch. Naja, das Spiel, das müssen wir einfach gewinnen. Warte, warte, ich spiel den da weg. Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir. Okay, hilf mir dir, hilf mir mit dem, hilf mir mit dem. Schnell, Alter. Oh shit, der macht einen. Oh shit, der tool hitet einen. Ja, der hat einen Eisenstest. Das nimmt man nicht da weg. Schneck noch den Bogen. Alter, heftig. Ja, ich... Ja, ich kaufe mir jetzt auch das beste Schwert, ne? Oh, Alter. Nein. Ja. Gefährlich ist es halt nur jetzt, ähm... Ist der an unserem Bett abbauen, ne? Ne, ne? Oh, ich dachte gerade, Alter, weil ich wollte, ich wollte... Ja, ist so, ne? Ich halte sie direkt vor so an. Habt ihr den Gangtown dran, oder? Ich hab ihn denn schon. Gott sei Dank dran. Weil, okay, weil... Ich bin jetzt am besten quasi Naka-mäßig ausgerüstet. Ja, der steht dann da aber weg. Ja, weil er einen Trank getrunken hat. Ist ja egal, lass mich da mit dem Bogen spielen. Äh, 8 Gold gegen Gemächtnis. Nein, nein. Weil ich kaufe mir dann wieder einen Baddreck-Bogen. Ja, also. Weil es ist scheißegal, äh... In der Brosse glaub ich gar nicht mal den besten Bogen. Ist dann sinnvoll, aber... Braucht man nicht unbedingt. So, 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 klar. Äh... Ne, mach doch nicht so groß. Natürlich schon immer... Also, unser Team-Mate ist, meine ich, fähig. Also, das hat, glaub ich, schon echt... Der kann wenigstens irgendwas. Noch wahrscheinlich mehr. Aber... Wir müssen die mal da wegskillen. Ähm... Tom, ich... Rush du mal vor und ich rush direkt hinter dir her. Ja, nee, du musst schießen. Du musst schießen. Ja, ich weiß, ich weiß. Du musst nur schießen. Ja, aber der schießt hinter. Nein, verbrüfft dich. Du sollst nicht mit deinem Scheißbogen schärmen. Ne, schau mir nicht. Schau mir nicht. Warum ich schieß denn da dir ab? Ja, aber das ist der Sinn, ne? Ja, ich bin Ende. Hm. Ehe. Ah, ich werde auch abgeschossen. Genau deswegen nicht. Ja, aber was willst du denn machen? Die campen da zu dritt. Alle drei campen die auf der Goldinsel. Deswegen brauchen wir jetzt erstmal... Wir müssen um... Lass doch einfach hochbauen. Ja, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen guter Ausdicht. Rüssi, ey. Na, wow. Ja, ich baue mich hoch, Alter. Ich mach das. Einfach hochbauen. Ehe. Und... So, dann... Oh, ich wäre so fast runtergeklatscht schon wieder, ne? Pass aber auf, ne? Wie kann ich da oben oben einfach machen? Weg unten. So aufpassen. Wie willst du wieder runterkommen? Ja, die haben mich getroffen, schick. Emil, kannst du dann immer bauen? Danke. Ja, aber dann ist ja egal, wenn einer stirbt. Ja, ich mach meine Sachen in die Kiste. Und ich pack dir hier, äh, Dinger in die Kiste. Ich hab dir doch Blöcke in die Kiste geklatscht. Nee, ich kann hier selber strecken. Für meine eigenen Blöcke. Hm, wer ist denn da? Nee, das geht ja. Äh, so. Wollen wir mal vielleicht treffen, weil der Nervt vielleicht... Ah, ich hab ihn getroffen, okay. Oder sollen wir oben eine Plattform bauen? Ja, natürlich, das ist ja der Sinn. Ich hab ihn nochmal getroffen. Ja, das ist ja egal. Wir lenken die hier ab. Ja, Alter, ich treffe ihn die ganze Zeit, Junge. Zack, 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 zack. Liebe Freunde, wenn ihr Ordner ist schon wieder eingetroffen. Und dann kommen die dann mit einer Singularity an und dann, ähm... Apropos Singularity, wie viel kostet die? Äh, weiß ich gerade nicht. Guck mal, bei TNT... Ja, ich gucke. Bei Specials, ne? Ja, bei Specials. Äh, wollte mal. Wir haben eine Leiter, wir haben Spinnenweben. Spinnenweben sind richtig... Gunpowder, es gibt Feuerzeug sogar. Oh, TNT kostet nur drei Gold? Ja, weil nicht holen von dem Gold. Torben, das ist mein Gold. Äh, ich weiß. Bitte. Ja, ich kann auch. Wenn wir noch Gold haben... Hast du, hast du eine Plattform gebaut? Jetzt bau dich einfach in Richtung Goldinsel jetzt gerade aus. Bau dich jetzt einfach in Richtung Goldinsel. Ja, ist gut, weil dann können wir da, äh... Und baue schon mal eine kleine Plattform? Eine ganz kleine? Ja, Bubi. Mach du die kleine Plattform, ich brauche mal eine Plattform. Komm hierhin, komm hierhin, gib mir das Gold. Gib mir, ja, gib... Ich hab kein Gold. Das wäre da was für. Ich hab kein Gold. Ja, dann bau mal oben einfach eine kleine Plattform. Ja, gut. Ich brauche mal eine kleine Plattform. Oh, Alter, ich kriege schon wieder Krebs wie in meiner Hand. Scheiße. Äh, okay, ich baue oben eine Plattform. Naja, ich mach mal kurz ein Sub-Lay. Dann, ja. Äh, grün hältst du noch voll raus raus. Ja, grün hältst du echt voll raus, ne? Auch knapp. Ähm, wir hoffen, äh, wir hoffen echt, dass wir laut genug sprechen, weil es wäre ein bisschen scheiße. Ähm, das stimmt. Ah! Das stimmt. Echt, bist du tot? Ja, wieder. Ich baue ja oben die ganze Zeit, ähm... Ja, ist aber gut, weil, äh, scheiß drauf, wie viele Tote hast. Wir brauchen oben eine Plattform, das ist das Einzige, was wir brauchen. Das ist eines, äh. Das ist eines. Guck mal, lol, die verbunkern sich. Guck mal, grün verbunkert sich einfach im Mist. Das ist voll dumm, weil wenn du später in eine Singularity da reingehst, dann... Ja, halt, keine Chance. Oder ein paar Farbe. Die Schafe, weiß ich gar nicht, was die bringen. Äh, die explodieren. So was wie Creeper, oder was? Ja, genau. Nur, dass die laufen und drauf Gegner. Ey, Junge, was ist denn los mit mir jetzt? Ich kann, ich treffe ja gar nichts mehr. Ja, traurig. Äh, wie groß soll die... Also, mach mal so einigermaßen groß. Na, viel zu klein, viel zu klein. Ja, der Kleine kommt da ja an und da kann ich nichts machen. Alter, was macht der denn? Der Kleine. Ich will mich ärgern, hab ich das Gefühl. Oh, ich treffe den. Das Dumme ist, der... Der sieht mich nicht, aber... Naja, wenn er guckt, sieht er mich, aber... Ich mach jetzt erstmal eine Kleine und dann brauche ich die Zeit. Boah, ich kann das voll gut berechnen. Ich berechne in meinem Kopf, liebe Freunde. So wie ich treffe. Echt? Was ist denn so ein Kopf? Ähm, ähm... Der war schlecht. Boah, deswegen hab ich ihn ja nicht gemacht. Ähm... Boah, wir müssen da mal hinrushen. Ey, soll ich da mal einfach hinversuchen, hinzurushen? Boah, jemand hat einen Block genau vor den Samanachersatz. Das ist echt nicht super Idee. Sonst lass mal... Äh, warte mal. Ich guck mal kurz was... Nimm kein Gold. Majomis. Gut, weil ich guck mal... Lol. Als ob. Weil ich guck mal kurz was es so bei Spezial gibt, was so richtig okay ist, weißt du? Ähm... Es gibt auch ne... Alter, es gibt ne Enderperle für 13 Gold. Ey, was? Aber ich find das nicht... So viel, ey. Ja, das sind diese Schafe. Rettungsplattform. Ja, okay. Ja, ich hab das nicht schon öfter gespielt, ey. Sollen wir nicht gewinnen? Ja, ja, äh... Emil ist da... Also ich bin eigentlich voll erneut und ich hab heute angefangen, bei Dwarf zu spielen. Oh, ist das kalt! Oh, Junge, ich zitter grad so, keine... Bei Gelb hocken sie jetzt rum und snacken sich den Zitup von Gelb. Jo. Ähm... Ja. Ich geh mal auf ne Plattform, ne? Ja, Tom. Ja, ja, Problem ist, ihr müsst... Du musst da... Ja, passt doch schon, ist doch fertig. Ist doch fertig, oder? Ja, ich... Ja, bau mal hier noch Wände. Da? Ja. Dann müssen wir nicht weiter... Genau. Ja, ja, das reicht schon. Du musst nur... Ich... Ich muss noch weiter bauen. Achso, ja, ich schieß dann von hier schon. So. Also, kannst du mir noch kurz irgendwie fünf Blöcke geben? Ähm, ja. Warte, ich werd hier abgeschossen. Pass auf. Pass auf, pass auf, Tom. Wir werden hier abgeschossen. Hier werden hier... Hier werden hier... Okay. Ja, wenn du... Aber das ist ja egal. Äh, dann können wir wieder... Sollen bauen. Ich schätze... Man... Man... Der eine Typ ist gleich gedauern, Alter. Wie viel Gold haben die? Ich würd's nicht wissen. Hier? Oder die? Ja. Na, die. Ja, was? Untertitelung des ZDF, 2020